Des Kaisers neue Kleider Ein Märchlein von Hans Christian Andersen Vor vielen Jahren lebte ein Kaiser, der so ungeheuer viel auf neue Kleider hielt, dass er all sein Geld dafür ausgab, um recht geputzt zu sein. Er kümmerte sich nicht um seine Soldaten, also nicht der Dümmste, kümmerte sich nicht um Theater, na gut, doch ein wenig dumm, und liebte es nicht, in den Wald zu fahren, außer, um seine neuen Kleider zu zeigen. Er hatte einen Rock für jede Stunde des Tages. Und ebenso, wie man von einem König sagte, er ist im Rat, so sagte man hier immer, der Kaiser ist in der Garderobe. In der großen Stadt, in der er wohnte, Namen tun ihr nicht zur Sache, ging es sehr munter her. An jedem Tag kamen viele Fremde an, und eines Tages kamen auch zwei Betrüger. Die gaben sich für Webe aus, welche natürlich nicht vom Kaiser unbeachtet blieben. Denn schließlich hatte er schon seit einigen Tagen keine neuen Kleider mehr gekauft, und sagten, dass sie das schönste Zeug, was man sich denken könne, zu Weben verstanden. Die Farben und das Muster seien nicht alleine ungewöhnlich schön, sondern die Kleider, die von dem Zeuge genäht würden, sollten die wunderbare Eigenschaft besitzen, dass sie für jeden Menschen unsichtbar seien, der nicht für sein Amt tauge oder der unverzeihlich dumm sei. Das wären ja prächtige Kleider, dachte der Kaiser. Wenn ich solche hätte, könnte ich ja dahinter kommen, welche Männer in meinem Reiche zu dem Amte, das sie haben, nicht taugen. Ich könnte die Klugen von den Dummen unterscheiden. Ja, ja, das Zeug muss so gleich für mich gewebt werden. Er gab den beiden Betrügern viel Handgeld, damit sie ihre Arbeit beginnen sollten. Sie stellten auch zwei Webstühle auf, taten, als ob sie arbeiteten, aber sie hatten nicht das Geringste auf dem Stuhle. Trotzdem verlangten sie die feinste Seide und das prächtigste Gold. Das steckten sie aber in ihrer eigenen Tasche und arbeiteten, also saßen zumindest an den näheren Stühlen bis spät in die Nacht hinein. Nun möchte ich doch wissen, wie weit sie mit dem Zeuge sind, dachte der Kaiser. Aber es war ihm beklommen zumute, wenn er daran dachte, dass keiner, der dumm sei oder schlecht zu seinem Amt tauge, es sehen könne. Er glaubte zwar, dass er für sich selbst nichts zu fürchten brauche, aber er wolle doch erst einen anderen senden, um zu sehen, wie es damit stehe. Alle Menschen in der ganzen Stadt wussten, welche besondere Kraft das Zeug habe. Und alle waren begierig zu sehen, wie schlecht oder wie dumm ihr Nachbar sei. Ich will meinen alten, ehrlichen Minister zu den Webern senden, dachte der Kaiser. Er kann am besten beurteilen, wie der Stoff sich ausnimmt, denn er hat Verstand und keiner versieht sein Amt besser als er. Nun ging der alte, gute Minister in den Saal hinein, wo die zwei Betrüger saßen und an den näheren Webstühlen arbeiteten. Gott behüte uns, dachte der alte Minister und riss die Augen auf. Ich, 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 ich kann hier gar nichts erblicken. Aber das sagte er nicht. Beide Betrüger baten ihn näher zu treten und frugen, ob es nicht ein hübsches Muster und schöne Farben seien. Dann zeigten sie auf den leeren Stuhl und der arme Altminister fuhr fort, die Augen aufzureißen. Aber er konnte nichts sehen, denn es war nichts da. Herrgott, dachte er, sollte ich dumm sein? Das, das, das habe ich nie geglaubt. Und das darf kein Mensch wissen. Oder sollte ich nicht zu meinem Amte taugen? Nein, es, es geht nicht an, dass ich erzähle. Ich könne das Zeug nicht sehen. Nun, sie sagen nichts dazu, fragte der eine von den Webern. Oh, es ist niedlich, ganz, ganz allerliebst, antwortete der alte Minister und sah durch seine Brille. Dieses Muster, welches sie beschrieben und diese Farben, von denen sie sprachen. Ja, ich werde dem Kaiser sagen, dass es mir sehr gefällt, jawohl. Ähm, wie nannten sie noch einmal die Farben und die Muster genau? Nun, das freut uns, sagten beide Weber. Und darauf benannten sie die Farben mit Namen und erklärten das seltsame Muster. Der alte Minister merkte gut auf, damit er dasselbe sagen könne, wenn er zum Kaiser zurückkomme. Und genau das tat er auch. Nun allerdings verlangten die Betrüger noch mehr Geld. Noch mehr Seide und noch mehr Gold zum Weben. Sie steckten wie zuvor alles in ihre eigene Tasche. Auf den Webstuhl kam kein Faden, aber sie fuhren fort, wie bisher, an den näheren Stühlen zu arbeiten. Der Kaiser sandte bald wieder einen anderen tüchtigen Staatsmann hin, um zu sehen, wie es mit dem Weben stehe und ob das Zeug bald fertig sei. Es ging ihm aber gerade wie dem Ersten. Er guckte und guckte, weil aber außer dem Webstuhl nichts da war. So konnte er nichts sehen. Na, ist das nicht ein ganz besonders prächtiges und hübsches Stück Zeug? Fragten die beiden Betrüger und zeigten und erklärten das prächtige Muster, das gar nicht da war. Dumm bin ich nicht, dachte der Mann. Es ist also mein gutes Amt, zu dem ich nicht tauge. Das wäre seltsam genug, aber das muss ich mir nicht merken lassen. Daher lobte er das Zeug, das er nicht sah, und versicherte ihnen seine Freude über die schönen Farben und das herrliche Muster. Ja, ja, es ist ganz allerliebst, sagte er zum Kaiser. Alle Menschen in der Stadt sprachen von dem prächtigen Zeuge. Nun wollte der Kaiser es selbst sehen, während es noch auf dem Webstuhl sei. Mit einer ganzen Schar auserwählter Männer, unter denen auch die beiden ehrlichen Staatsmänner waren, die schon früher da gewesen, ging er zu den beiden listigen Betrügern hin, die nun aus allen Kräften webten, aber ohne Faser oder Faden. Ja, ist es nicht prächtig, sagten die beiden ehrlichen Staatsmänner. Wollen Eure Majestät sehen? Welches Muster, welche Farben? Ohne jeden Zweifel können wir sagen, es ist wohl das Beste, das Schönste, das Raffinierteste, was wir je zu Augen bekommen haben. Und dann zeigten sie auf den leeren Webstuhl, denn sie glaubten, dass die anderen das Zeug wohl sehen könnten. Was? Dachte der Kaiser. Ich sehe gar nichts. Das ist ja schrecklich. Bin ich etwa dumm? Tauge ich nicht dazu, Kaiser zu sein? Das wäre das Schrecklichste, was mir begegnen könnte. Also nicht, dass man mich absetzen könnte, aber es wäre ja schon ein bisschen peinlich. Oh, es ist sehr hübsch, sagte er. Es hat meinen allerhöchsten Beifall. Und er nickte zufrieden und betrachtete den näheren Webstuhl. Er wollte nichts sagen, dass er nichts sehen könne. Das ganze Gefolge, was er mit sich hatte, sah und sah, aber es bekam nicht mehr heraus als all die anderen. Aber sie sagten gleich wie der Kaiser, oh, ist das hübsch. Und sie rieten ihm diese neun prächtigen Kleider das erste Mal bei dem großen Feste, welches bevorstand, zu tragen. Es ist herrlich, niedlich, ausgezeichnet, ging es von Mund zu Mund. Und man schien allerseits innig erfreut darüber. Der Kaiser verlieh jedem der Betrüger ein Ritterkreuz, um es in das Knopfloch zu hängen und den Titel Hoffeber. Die ganze Nacht vor dem Morgen, an dem das Fest stattfinden sollte, waren die Betrüger auf und hatten 16 Lichte angezündet, damit man sie auch recht gut bei ihrer Arbeit beobachten konnte. Der Kaiser mit seinen vornehmsten Beamten kam selbst. Und die beiden Betrüger hoben den einen Arm in die Höhe, gerade als ob sie etwas hielten und sagten, Seht, hier sind die Beinkleider. Hier ist das Kleid. Hier ist der Mantel. Und so weiter. Es ist so leicht wie Spinnenweben. Man sollte glauben, man habe nichts auf dem Körper. Aber das ist gerade die Schönheit dabei. Ja, sagten alle Beamten. Aber sie konnten nichts sehen. Denn es war ja nichts da. Blieben eure kaiserliche Majestät, ihre Kleider abzulegen? Sagten die Betrüger. So wollen wir ihnen die Neuen hier vor dem großen Spiegel anziehen. Der Kaiser legte seine Kleider ab und die Betrüger stellten sich, als ob sie ihm ein jedes Stück der Neuen Kleider anzogen, die fertig genäht sein sollten. Und der Kaiser wendete und drehte sich vor dem Spiegel. Ei, wie gut sie kleiden, wie herrlich sie sitzen, sagten alle. Welches Muster, welche Farben. Das ist ein kostbarer Anzug. Draußen stehen sie mit dem Thronhimmel, der über eure Majestät getragen werden soll, meldete der Oberzeremonienmeister. Seht, ich bin ja fertig, sagte der Kaiser. Sitzt es nicht gut? Und dann wendete er sich nochmal zu dem Spiegel, denn es sollte so scheinen, als ob er seine Kleider recht betrachte. Die Kammerherren, die das Recht hatten, die Schleppe zu tragen, griffen mit den Händen gegen den Fußboden. So, als ob sie die Schleppe aufhöben. Sie gingen und taten, als hielten sie etwas in der Luft. Sie wagten es nicht, es sich merken zu lassen, dass sie nichts sehen konnten. So ging der Kaiser unter dem prächtigen Thronhimmel und alle Menschen auf der Straße und in den Fenstern sprachen. Wie sind die Kaisers neuen Kleider unvergleichlich! Welche Schleppe er im Kleider hat! Wie schön sie sitzt! Keiner, niemand wollte es sich merken lassen, dass er nichts sah, denn dann hätte er nicht zu seinem Amte getaugt oder wäre sehr dumm gewesen. Keine Kleider des Kaisers hatten solches Glück gemacht wie diese. Aber, aber der hat ja gar nichts an! Sagte endlich ein kleines Kind. Gott sei Dank! Hört! Die Stimme der Unschuld! Sagte der Vater. Und der eine zischelte dem anderen zu, was das Kind gesagt hatte. Aber er hat ja gar nichts an! Aber er hat ja gar nichts an! Rief zuletzt das ganze Volk. Das ergriff den Kaiser, denn das Volk schien ihm Recht zu haben. Aber er dachte bei sich, nun muss ich es aushalten. Und die Kammerherren gingen und trugen die Schleppe, die gar nicht da war. Die singende Meermänner Ein Märchlein aus Flandern Es war einmal eine Fischersfrau, die wohnte mit ihrem einzigen Töchterchen in einem kleinen Haus am Meeresufer. Das Mädchen spielte nirgends lieber als am Strand, wo die Wellen, Muscheln und Schnecken, bunte Steine und fremde Pflanzen im gelben Sand zurückließen. Ganz besonders gern ging das Kind an den Rand des Wassers und sprang mit beiden Füßen gleichzeitig über die Wellen, die vom Meer heranrollten. Die Mutter, die Fischersfrau, sah das gar nicht gerne. Sie konnte nicht vergessen, dass das Meer ihr einst, ein paar Jahre war es her, ihren Mann genommen hatte. Und sie fürchtete, auch noch ihr einziges Kind zu verlieren. Geh nicht so nah an das Wasser, Kind. Du weißt, das Meer ist tückisch. Es hat deinen Vater verschlungen. Bleib weg von dem trügerischen Wasser. Jeden Morgen ermahnte sie so das Kind und flehte, geh nicht weiter als bis zum Rand der Düne. Doch sie hatte nicht die Zeit, immerzu auf das Kind aufzupassen. Und so geschah es, dass es an einem Mittag nicht zum Essen nach Hause kam. Die Mutter wartete, sie rief, dann lief sie los und suchte das Töchterchen überall. Sie lief meilenweit, sie lief durch die Dünen, sie befragte die Fischer. Doch alles war vergebens. Es wurde Abend, die Sonne versank hinter dem großen Meer und die Frau kam allein zu ihrer Hütte zurück. Das Herz war ihr schwer. Das Wasser stand hoch. Die Wellen schlugen fast bis zum Rand der Düne. Da vernahm die Fischersfrau plötzlich einen Gesang. Einen wunderbaren Gesang. Was war das? Sie blieb stehen. Es kam vom Meer. Und dann sah sie eine Meerminne. Ein Meerweibchen. Jungfrau, wer weiß, sah schon auf den ersten Blick mit langen, offenen Haaren voller Wasserblumen, wie sie die Frau noch nie gesehen hatte. Die Meerminne stieg bis zu den Hüften aus dem Wasser empor und sang. Ein Dach aus Wasser. Ein Palast aus Kristall. Da spielen meine Liebchen all. Fischer, wirf deine Netze aus heute. Der Walfisch kommt und sucht nach Beute. Ein Dach aus Wasser. Ein Palast aus Kristall. Die Fischersfrau hörte das und sie verstand die Worte. Ein Dach aus Wasser. Ein Palast aus Kristall. Da spielen meine Liebchen all. Wer, wer sind diese Liebchen? Ob mein Kind, ob mein Töchterchen da wohl auch ist? Die Frau fiel auf die Knie und flehte die Meerminne an. Sagt mir, habt ihr irgendwo mein kleines Mädchen gesehen, das alle Tage im Sand spielte? Natürlich weiß ich, wo das Mädchen ist. Es lebt gesund wie ein Fischchen in meinem Kristallpalast. Auf dem Grund des tiefen Wassers. Es ist vergnügt und spielt mit meinen anderen Lieblingen. Als die Mutter das hörte, begann sie noch lauter zu weinen und zu flehen. Bitte, bitte, bitte gib mir mein Kind zurück. Meinen einzigen Schatz. Ich kann deinen Schmerz verstehen, Fischersfrau, und ich habe wohl Mitleid mit dir. Doch die See darf keine Menschenseele, die sie einmal genommen hat, an die Erde zurückgeben. Was das Meer verschlungen hat, das kann nicht lebend zurückkommen. Das Einzige, was ich für dich tun kann, ich kann dir erlauben, mit mir zu meinem Wasserschloss hinunterzukommen. Dann kannst du dein Mädchen noch einmal sehen. Aber hast du auch den Mut, mir zu folgen. Hundert Stunden weit über das Wasser, dort nach dem Horizont im Westen, und dann mit mir niederzutauchen, wo die See am tiefsten ist. Ja, ja, das getraue ich mir wohl. Ich bin bereit, euch zu folgen. Da kamen die Meermänner bis an den Rand der Düne und ließ die Fischerswitwe sich auf ihren Schuppenschwanz setzen. So fuhren sie über das Wasser dahin, schneller als das schnellste Schiff. Längst war es dunkle Nacht über der ganzen, endlosen See und noch immer fuhren sie weiter fort, weiter nach Westen. Endlich sahen sie aus der Tiefe ein wunderhelles Licht aufscheinen. Die Meerminne hielt an. Hier ist es. Nun hole noch einmal tief Atem und fasse Mut. Nun steigen wir hinab. Und schon sanken sie in die Tiefe. Das ging noch viel schneller als die Seereise. In wenigen Augenblicken waren sie in dem herrlichsten Palast, von dem ein Mensch je träumen konnte. Er war genau so, wie die Meerminne gesungen hatte. Das Dach war von Wasser, die Mauern aus Kristall. Und ein himmlisches, goldenes Licht strahlte davon aus und leuchtete viele Stunden weit. Die arme Mutter aber hatte keine Augen für all diese Pracht. Sie dachte nur an ihr Kind und sah sich überall danach um. Aber nein, da war nirgendwo eine Menschenseele zu sehen. Nun brachte die Meerminne sie in einen großen Saal mit einem silbrigen Boden und führte sie an eine schöne, gläserne Tür. Dahindurch erblickte sie in einem großen Saal Scharen von Kindern, Mädchen und Jungen, die fröhlich herumsprangen und spielten. Hindurch gucken durfte die Mutter und schauen, solange sie wollte. Doch hineingehen war ihr verboten. Sie schaute und schaute und endlich erblickte sie ihr Töchterchen inmitten einer Gruppe lachender Mädchen. Es hatte Wangen so rot wie Winteräpfel und war ebenso fröhlich wie die anderen. Nun war die Fischerswitwe überglücklich und sie bat die Meerminne, Bitte lass mich hier in deinem Schloss bleiben, dann bin ich wenigstens in der Nähe meines Töchterchens. Das wurde ihr erlaubt. Fortan konnte sie alle Tage durch die Glastür schauen, so oft und so lange sie Lust hatte. Und ihre Augen konnten nicht genug davon bekommen. Jeden Tag fiel sie vor der Meerminne auf die Knie und bat und flehte, Ach bitte, gebt mir mein Kind zurück, lasst uns wieder nach Hause gehen. Ihr habt doch so viele andere Kinder. Doch die Meerminne blieb bei dem, was sie gesagt hatte. Schließlich aber wurde ihr Herz doch gerührt und sie sprach, Ich werde dir das Kind zurückgeben, aber erst noch musst du eine Bedingung erfüllen. Alles, sagt was es ist, alles was in meinen Kräften steht, will ich gerne tun. Du sollst mir einen Mantel aus deinen eigenen Haaren weben. Ich gebe dir hier ein Töpfchen mit Fett. Das bewirkt, dass dein Haar wieder rasch und kräftig nachwachsen wird. Das war zwar seltsam, aber die Mutter begann so gleich zu arbeiten und zu weben. Sie arbeitete Tag und Nacht, ohne sich auszuruhen. Doch als sie alle ihre Haare bis an die Wurzel abgeschnitten und verwebt hatte, Da war der Mantel erst halbfertig. Halb! Was sollte sie nun tun? Weiter weben konnte sie nicht. Sie hatte kein Haar mehr. Aber vielleicht gab sich die Meerminne mit einem halben Mantel zufrieden. Als Kabon oder dickes Sakko. Doch all ihr Flehen und Bitten half nichts. Die Meerminne hatte immer nur eine Antwort. Es bleibt bei dem, was ich gesagt habe. Erst musst du mir den ganzen Mantel weben. Die arme Mutter ging zurück in ihre Kammer, schier verrückt vor Verzweiflung. Sie musste nun warten, warten, bis ihr Haar wieder gewachsen war. Jeden Morgen und jeden Abend rieb sie es sorgfältig mit dem Fett ein, Das die Meerminne ihr gegeben hatte. Und immer wieder sah sie in den Spiegel. Waren die Haare schon lang genug gewachsen? Und die Zeit? Sie wurde allzu lang. Endlich konnte sie weiter weben. Dann musste sie wieder warten. Dann konnte sie wieder weben. Und wieder warten. So ging das Jahr um Jahr. Und dann endlich war der Wundermantel fertig bis zum letzten Saume. Die Fischersfrau sprang auf und eilte damit zu Meerminne. Die überprüfte den Mantel sorgfältig. Der Mutter klopfte das Herz, als wolle es die Brust sprengen. Endlich sah die Meerminne auf und lobte die wunderbare Arbeit. Nun komm. Sie führte die Mutter zu der gläsernen Tür. Die wurde aufgetan und heraus trat das Töchterchen. Das war inzwischen zu einem großen, schönen Mädchen herangewachsen und fiel der Mutter in die Arme. Die war so froh, so glückselig, das lässt sich nicht mit Worten beschreiben. Da fehlen selbst mir die Worte, um es richtig zu beschreiben. Nun ließ die Meerminne eine prächtige Kutsche kommen, spannte zwei Seepferdchen davor und fuhr die Mutter mit ihrem Kind über das Wasser zurück nach Hause. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 So etwas passiert ja nicht einfach so, nicht wahr? Dazu gehört ja meine kleine, wenn auch feine Tätigkeit und mindestens zwei Leute. An die Freuden allerdings dachte der König gerade so gar nicht. Die Prinzessin nun allerdings konnte ihrem Vater nichts sagen, denn sie ahnte selbst nicht, wie sie dazu kam und wusste von gar nichts. Da wurden Boten an die weisesten Männer des Landes ausgesandt und diese gaben den Rat, man solle die Sache ganz geheim halten, bis der Knabe drei Jahre alt geworden wäre. Dann sollten alle Mannsleute des ganzen Reiches zusammengerufen und in Reihen aufgestellt und an dem Kinde der Prinzessin, das mit einem goldenen Apfel in der Hand dastehen müsse, vorbeigeführt werden. Dann würde es ganz gewiss zutreffen, dass der, dem das Kind den Apfel gebe, auch des Kindes Vater sei. Vollkommen logisch. Weise Männer, nicht intelligente, keine Wissenschaftler. Diesen Rat befolgte der König und drei Jahre lang blieb alles ruhig und stille. Als aber diese Zeit um war, ging die Botschaft durch das ganze Land, dass ich alles, was männlichen Geschlechts sei, hoch und nieder vor dem Schlosse des Königs an einem bestimmten Tage einfinden müsse. Und es entstand da eine überaus große Versammlung. Die Mannsleute wurden in Reihen aufgestellt und an der Schlosstreppe, auf der der Knabe mit dem goldenen Apfel stand, vorbeigeführt. Alle waren nun an ihm vorbeigezogen, einzeln, Mann für Mann, vom ersten bis zum letzten. Aber der kleine Knabe stand noch da und hatte sein Apfel keinem von diesem gegeben. Da ließ der König ausrufen, wenn irgendein Mann zu Hause geblieben sei, so müsse er sich auf der Stelle melden. Oder es solle ihm das Leben kosten. Da sagte einer der Rottenmeister, dass ihm allerdings eine Frau bekannt sei, welche einen faulen Sohn zu Hause habe, der ihm nicht gekommen sei. Aber das hätte ja auch nichts zu bedeuten. Aber der König befahl, er müsse kommen, so gut wie jeder andere. Es wurde ein Bote nach ihm ausgeschickt, der ihn holen sollte. Und da musste sich der faule Lars mehr eilen, als er es je in seinem Leben getan. Was, wie soll ich sagen? Es ließ sich schneller, als er war. Und sobald ihn der Kleine zu sehen bekam, ging er gleich auf ihn zu und gab ihm seinen goldenen Apfel. Was der König vorher noch nicht zornig war, das wurde er jetzt, als er sah, was der Vater des Sohnes der Prinzessin für ein Kerl war. Da befahl er seiner Tochter, augenblicklich sein Reich zu verlassen und ihm nicht mehr unter die Augen zu kommen, denn er wollte nichts mehr wissen von ihr. So musste sie also mit dem faulen Lars gehen, und er musste sich ihrer und des Kindes annehmen. Dabei hatte er nicht einmal mehr diese delikate, kleine Tätigkeit mit ihr zuvor gehabt. Eine doppelte Enttäuschung, wenn man so möchte. Er setzte sie nun mit dem Knaben neben sich auf die Waschbank seiner Mutter und wünschte sich aus dem Reiche und den Landen des Königs hinaus. Und sogleich segelte die Bank mit allen Dreien davon. Als die Prinzessin selbst auf so sonderbare Weise reiten musste, erinnerte sie sich wohl, dass sie Lars schon früher einmal gesehen. Aber wie sie zu diesem Kinde gekommen und wie Lars der Vater desselben sein sollte, das war ihr ein Rätsel, und drum frug sie Lars, ob er ihr diesen lösen könne. Da erzählte er ihr von den drei Wünschen, die ihm gewährt worden waren. Das erste, was er sich wünschte, war nun dieses sonderbare Reitpferd, über das sie so gelacht, als er das erste Mal darauf ritt, das ihm aber jetzt doch recht gut zustatten kam. Sein zweiter Wunsch waren die Worte, die er im Zorn ausgesprochen, als sie ihn so ausgelacht hatte. Und auf diese Weise war nun sowohl er als sie zu dem Kinde gekommen. Moment, das ist wichtig. Deinen dritten Wunsch hast du also noch? fragte die Prinzessin schnell. Ja, sagte Lars. Er habe damit warten wollen, bis er zu mehr Verstand komme. Dazu bist du schon gekommen, wenn du es mir überlässt zu wünschen, sagte die Prinzessin und beeilte sich, ihre Schürze mit kleinen Steinchen vollzufüllen und sagte dann wieder zu Lars, dass er sich als drittes, gerade so viele Wünsche, als Steine in ihrer Schürze sein, wünschen solle. Das wünschte sich Lars denn auch. Und nun hatten sie so viele Wünsche frei, dass sie fürs Erste nicht zu fürchten brauchten, dass sie ihn ausgingen. Da machten sie miteinander aus, dass die Prinzessin immer zuerst und dann er wünschen solle, damit der Wunsch auch in Erfüllung gehen konnte. So halfen sie sich gegenseitig. Zuerst wünschten sie sich ein Schloss. Und nicht nur ein Schloss. Dieses Schloss musste viel schöner sein, als das ihres Vaters. Mit einem schönen Garten drumherum, der ebenfalls größer und hübscher sein musste, als der ihres Vaters. Sie wünschte sich Pferde. Schönere, schnellere, als die ihres Vaters. Ebenfalls wünschten sie sich Kleider. Und ihr erratet es wohl, es waren mehr, sie waren schöner und prächtiger und prunkvoller, als die des Vaters. Darauf wünschten sie sich alles, was zu einer richtigen und wohlbesetzten Tafel notwendig war, als sowohl Speisen als Wein. Dazu wünschten sie sich, dass der König mit seinem ganzen Hofstaat zu diesem Gastmahl, das jetzt angerichtet war, kommen möchte. Alles geschah, wie sie es wünschten. Und der König kam mit seinem Hofstaat dahergefahren und begab sich ins Schloss und an die Tafel und war nahe daran, Mund und Nase über all diese Pracht und Herrlichkeit zu verlieren. Der Schwiegersohn war ja doch nicht zu verachten. Das war ja ganz ein anderer Mann als der, für den er ihn vorher angeschaut. Und jetzt herrschte auf einmal die dickste Freundschaft zwischen ihnen. Glücklicherweise war der Vater alles andere als oberflächlich. Während sich nun alle von der Tafel erhoben, wünschten die Prinzessin und ihr Mann alles Silbergeschirr und die Gabeln, die auf dem Tische lagen, in die Tasche des Königs. Und zugleich sagte die Prinzessin, Man sollte zwar nicht glauben, dass sich Diebe hier befänden, aber trotzdem, ihr könnt ja leicht sehen, dass jetzt auf einmal alles Silberzeug verschwunden ist. Darauf sagte der König, es wäre doch schändlich, wenn sich solche Leute in seinem Gefolge aufhielten. In der Regel würde man ja so seine Hände verlieren. Dann befahl er, dass jeder vortreten solle und einer nach dem anderen seine Tasche umwenden und durchsuchen lassen müsse. Das geschah nun auch, aber es wurde nichts gefunden, bis schließlich die Reihe an ihn selbst kam und er seine Taschen umwenden musste. Selbstsicher tat er das, aber da fiel alles Silberzeug heraus. Der König stand ganz entsetzt und beschämt da und sagte, dass er es gar nicht begreifen könne, wie das zugegangen sein müsse. Da ergriff die Prinzessin das Wort und sagte, ebenso wenig konnte ich begreifen, wie ich zu den Kinder gekommen. Aber das eine hat die gleiche Ursache wie das andere und alles miteinander kommt von den Wünschen her. Aber ich bin jetzt recht glücklich und zufrieden mit meinem faulen Las und wünsche mir meinen Lebtage keinen anderen, keinen besseren Mann. Jetzt erkannte ihn der König feierlichst als seinen rechten Schwiegersohn an, der nach seinem Tode das Reich und die ganze Herrlichkeit erben sollte. Aber das nahm ihm viele Große des Reiches übel und waren sehr missgestimmt darüber, dass so ein Bettelbub einmal über sie regieren sollte. Deshalb wünschten die Prinzessin und Prinz Lars, als sich die Gesellschaft verabschiedete, dass den Großen die Nase so lang wachsen sollten, dass sie sie kaum ertragen konnten. Dieser Wunsch ging in Erfüllung und als diese feinen Herren vom Festmahl nach Hause kamen und aus ihren Wagen steigen wollten, waren ihre Nasen so lang geworden, dass sie darüber stolperten, hinfielen und die Beine brachen. Alles in allem muss man sagen, Wünsche, wenn wohl überlegt, scheinen doch manchmal ihr Gutes zu haben. Juan Brucho Der Hexenmeister Inspiriert von einem Märchlein aus Spanien Juan der Bauernjunge, der in einem kleinen Dorf lebte, der Name davon ist vollkommen unwichtig, als auch wann sich das Ganze überhaupt zutrug, wurde von allen nur großer Schlingel gerufen. Eines Tages beschloss er etwas Besonderes, nämlich Hexenmeister zu werden. Warum auch nicht? Im Dorf gab es schon einen Bäcker, einen Schmied, einen Nehrer, paar Bauern, aber Hexenmeister. Hexenmeister gab es bislang dort nur in Märchen. Er ging also zu einem alten, weisen Mann, denn so sind sie, die Hexenmeister, und bat ihn um Unterricht. Wenn du Hexenmeister werden willst, musst du erst dreimal drei Jahre Hexenmeister Lehrjunge, dann dreimal neun Jahre Hexer sein, und dann darfst du die Hexenmeisterprüfung machen, und dann, naja, dann bist du Hexenmeister. Juan willigte ein und begann seine Lehre. Er lernte, wie man Leuten Goldmünzen aus Ohren, Nasen und Taschen zieht, wie man weiße Kaninchen unter einem Hut hervorholt, Tauben verschwinden lässt, ohne sie zu töten, und wie man Kindern die Langeweile wegzaubert, Frauen das Weiße aus dem Gesicht, und Männern den Mumm in den Knochen. Nach drei Jahren meinte er, genug zu wissen, dankte dem Hexenmeister und zog fort. Er wanderte durchs ganze Land, zeigte überall auf den Dorfplätzen seine Kunststückchen, und wenn ihn jemand fragte, wer er sei, antwortete er, Ich bin Juan Brucho, El Brucho, der größte Hexenmeister. Aber hier zeige ich nur meine kleinen Künste. Die großen sind nicht für alle Tage, und nicht für eure kleinen Augen. Bald sprachen im ganzen Land von Juan Brucho, dem Hexenmeister, also dem Hexenmeister. Auch der König hörte von ihm und ließ ihn rufen. Als Juan vor ihm stand, dachte der König, Wie ein Hexenmeister sieht der Bursche nicht aus. Er? Wie ein Schlingel. Naja, Juan, sprach er dann laut. Vor einer Juan Brucho, Juan Brucho, vor einer Woche wurde mir mein schönster Ring gestohlen, wandte sich der König an Juan. Für dich mit deinen Hexenkünsten wird es sicher leicht sein, ihn wieder herbeizuzaubern. Damit dir niemand helfen kann, werde ich dich in ein tiefes Kellerloch sperren lassen. Und, naja, wie viel Zeit gibt man so, dir drei Tage Zeit geben. Wenn du mir den Ring beschaffst, sollst du Hofhexenmeister werden. Schaffst du es allerdings nicht, lasse ich dir den Kopf abschlagen. gesagt, getan und schon war Juan in einem Kellerloch. Juan in seinem Kellerloch war der sehr festen Überzeugung, nur noch drei Tage zum Leben zu haben. Als solches kannte und konnte er gerade mal Taschenspielertricks, war aber von der wahren Magie noch Jahre der harten Ausbildung entfernt. Immerhin, die würde er sich sparen können und so ronnen ihn die Stunden durch die Finger und sein Geist verfinsterte sich. Der Ring des Königs allerdings war nicht einfach verloren. Nein, drei seiner Diener hatten ihn gestohlen. Zufällig auch die, welche Juan bedienen sollten. Am Abend brachte der eine Diener, dem Elbroro, das Abendmahl. Juan dachte, dass nun der erste von seinen letzten Tagen vorbei war und seufzte, da geht der erste hin. So wahr, ich Hexenmeister bin. Der Diener hörte Juans Worte und dachte, er sei gemeint. Zitternd rannte er davon und lief zu den zwei anderen Dienern und erzählte alles. Ach, meinten die beiden anderen, das hast du sicher nur geträumt. Am nächsten Abend brachte der zweite Diener das Abendmahl, denn der erste traute sich nicht mehr. Als er gerade wieder gehen wollte, hörte er Juan seufzen, da geht der zweite hin. So wahr ich Hexenmeister bin. Auch dieser Diener dachte, er sei gemeint und berichtete den anderen davon. Der dritte Diener meinte, das, das hast du bestimmt falsch verstanden. Ihr seid doch beide im Wahn der Angst. Ich werde am nächsten Tag mal hingehen und dann werden wir sehen, was der da sagt. Als am nächsten Tag der dritte Diener das Essen zum verzweifelten Hohen brachte, sah dieser ihn direkt in die Augen an. Glaubend, es wäre einer der letzten Menschen, der er sehen würde, seufzte er und sprach, da geht der dritte hin. So war ich Hexenmeister, erschrak der Diener gar fürchterlich, fiel auf die Knie und gestand alles, beginnend mit den kleinen Quarkbrötchen, der mit vier seiner Schwester stahl, mit acht, als er in der Mathe-Prüfung abgeschaut hat, bis hin zum Ring des Königs selbst. Juan agierte blitzschnell, richtete sich zu voller Körpergröße auf und befahl, kommt alle drei zu mir, bringt mir den Ring und ich werde euch nicht verraten. Solltet ihr aber wieder Lust zum Stillen bekommen, denkt daran. Soy el Mago, el Brucho, ich bin der größte Hexenmeister und ich werde euch überall finden. Als der König erfuhr, dass Juan die Probe bestanden hatte, ließ er ihn aus dem Kerker holen und wollte ihn zum Hofmeister ernennen. Juan aber wollte nicht mehr, denn was wäre, wenn ihn der aberwitzige König ein zweites Mal auf die Probe stellen würde. So einfach käme er dann nicht mehr davon. Man könnte ja beinahe sagen, er hätte lediglich Glück gehabt. Der König belohnte Juan reich und ließ ihn ziehen. Juan kehrte in sein Heimatdorf zurück, kaufte sich ein schönes Haus, Felder und Wiesen. Und wenn die Kinder sich langweilten, führte er in ein seiner kleinen Kunststücke vor. Und so mancher Frau zauberte er ein Lächeln ins Gesicht. Was für ein Glück, sagten die Dorfleute, dass unser großer Schlingel, El Brucho selbst, heimgekommen ist. Baba Yaga. Baba Yaga. Ein Märchen aus Russland. Es lebte einmal ein Mann mit seiner Frau. Sie hatten eine Tochter. Jedoch eines Tages wurde die Frau unerwartet krank und verstarb kurz darauf. Und was nun kommt, überrascht wirklich niemanden. Nach einer Weile heiratete der Mann wieder. Jedoch war die zweite Frau ein böses Weib. Es gibt höchst selten Butler in Märchen. Aber meist war es einfach die Stiefmutter. Von Anfang an hat sie ihre Stieftochter nicht geliebt. Hat sie gescholten und geprügelt. Hat sie beleidigt und stets die dreckigsten Aufgaben gegeben. Mit allen Mitteln wollte sie das Mädchen loswerden. Eines Tages fuhr der Mann aus dem Haus. Die Stiefmutter sprach zu den Mädchen. Geh zu meiner Schwester. Bitte sie darum, mir Nadel und Zwirn zu geben, um dir ein Kleid zu nehmen. Ihre Schwester aber war Baba Yaga, die grausige Hexe. Doch konnte das Mädchen nicht widersprechen und ging aus dem Haus. Unterwegs kehrte sie bei ihrer Tante ein. Guten Tag, liebe Tante. Grüß dich. Was führt dich zu mir? Meine Stiefmutter hat mich zu ihrer Schwester geschickt, um Nadel und Zwirn zu holen. Du hast sehr recht daran getan, dass du vorher zu mir gekommen bist, antwortete die Tante. Nähme dieses Band, dieses Brot, das Öl und das Stück Fleisch. Denn höre, eine Birke wird dich mit ihren Ästen schlagen und beim Gehen stören wollen. Binde ihre Äste mit dem Band zusammen. Das Tor wird quietschen und knallen und wird dich nicht passieren lassen. Du musst die Angeln mit dem Öl bestreichen. Die Hunde werden dich beißen und reißen. Also gib ihnen das Brot. Zuletzt der Kater. Der Kater wird versuchen, dein Gesicht und deine Augen zu zerkratzen. Gib ihm aber das Stück Fleisch. Und er wird handzahm sein. Das Mädchen hatte alles verstanden, bedankte sich und machte sich auf den Weg. Sie ging und ging und kam schließlich zu dem Wald. Hinter einem großen Zaun sah sie Baba Yagas Hütte auf Hühnerfüßen stehen. In der Hütte saß Baba Yaga, die knöcherne Hexe, und webte. Guten Tag, Großmutter. Guten Tag, Mädchen. Was willst du von mir? Meine Stiefmutter hat mich zu dir geschickt. Mit der Bitte um Nadel und Zwirn, damit sie mir ein Kleid nähen kann. Nadel und Zwirn. Jawohl, jawohl. Du sollst alles bekommen. Aber vorher setze dich und webe. Das Mädchen setzte sich ans Feuer und begann zu weben. Baba Yaga ging währenddessen aus dem Zimmer und sprach zu ihrem Dienstmädchen. Ich gehe ins Bett. Du sollst die Banja heizen und das Mädchen gründlich waschen. Nach dem Schlaf fresse ich das kleine Ding auf. Und es wäre doch ein Jammer, wenn es so dreckig und stinkig wäre, nicht wahr? Das Mädchen aber hörte ihre Worte und erschreckte sich fürchterlich. Nachdem Baba Yaga gegangen war, bat sie die Magd. Oh bitte, erbarme dich. Zünde nicht das Feuer im Ofen an, sondern gieße Wasser darüber. Und sie schenkte ihr ein Tor. Als Baba Yaga während der Nacht erwachte, fragte sie, Webst du, meine Liebe? Ich, ich webe, Tantchen, ich webe, antwortete das Mädchen und wendete sich an den Kater. Diesem gab sie das Fleisch, damit er ihr nicht direkt das Gesicht zerkratzte und frug, Brüderchen Kater, sage mir, wie, wie kann ich von dir fliehen? Der Kater sprach, hör mir gut zu. Schau, auf dem Tisch liegt ein Handtuch und ein Kamm. Nimm beide und laufe schnell davon. Baba Yaga wird dich verfolgen. Du musst laufen und laufen. Laufe so schnell, wie du noch nie gelaufen bist. Ab und zu musst du dich hinlegen und der Erde zuhören. Wenn du hörst, dass Baba Yaga schon ganz nah ist, so wirft den Kamm auf die Erde. An dieser Stelle entsteht sofort ein dicker Wald. Während die Hexe den Wald passiert, musst du aus allen Kräften weiterlaufen. Wenn du allerdings wieder hörst, dass Baba Yaga ganz nah ist, dann wirft das Handtuch auf den Boden. Dort wird sofort ein großer Fluss entstehen. Vielen Dank, Brüderchen Kater, erwiderte das Mädchen, bedankte sich, nahm den Kamm und ein Handschuh, und lief aus der Hütte. Alsbald sprangen die Hunde auf sie und wollten das Mädchen in Stücke reißen. Es gab ihnen jedoch das Brot und sie ließen es sofort in Ruhe. Das Tor im Garten quietschte und wollte sich vor ihr verschließen. Das Mädchen goss Öl in die Angeln und sofort ließ sie das Tor durch. Die große Birke breitete ihre Äste aus, um es aufzuhalten. Doch das Mädchen knotete die Äste mit dem Band zusammen. Die Birke ließ sie sofort weiterlaufen. Und dann rannte das Mädchen aus vollen Kräften. Es lief und lief und lief, ohne zurückzuschauen. Inzwischen hatte der Kater Platz am Fenster genommen und begann zu weben. Da erwachte Baba Yaga wieder und fragte, Webst du Mädchen? Webst du? Liebe? Der Kater antwortete, Ich, äh, webe, Tantchen. Die Stimme kam der Hexe jedoch sonderbar vor. Sie lief ins Zimmer und sah, anstatt des Mädchens saß der Kater am Fenster und webte. Da wurde die Knöchernde zornig. Du Betrüger! Du Räuber! Warum hast du das Mädchen nicht aufgehalten? Warum hast du ihr nicht das Gesicht und die Augen zerkratzt, damit das Fleisch vom Schädel sich schält? Der Kater sprach, Ich diene dir nun schon seit vielen, vielen Jahren. Doch hast du mir nie etwas gegeben. Nicht einmal mehr einen Knochen. Das Mädchen aber hat mir Fleisch geschenkt. Wer flucht das Katzentier, schrie die Alte und stürmte aus der Hütte zu den Hunden. Warum habt ihr das Mädchen nicht in Stücke gerissen wie eine Puppe? Warum habt ihr sie nicht tot gebissen? Wir stehen schon seit vielen Jahren in deinen Diensten. Doch gibst du uns nicht einmal eine trockene Brotrinde zu fressen. Das Mädchen aber hat uns ein ganzes Brot gereicht. So langsam wurde die garstige Alte so richtig würdend. Warum hast du nicht gequetscht, nicht geknallt? Warum hast du das Mädchen nicht durchgelassen? sagte sie zum Tor. Ich diene dir schon seit vielen Jahren. Doch du gießt mir nicht einmal in die Angeln. Das Mädchen aber hat meine Angeln mit Öl geschmiert. Baba Yaga lief auf die Birke zu. Warum hast du die Augen des Mädchen nicht mit deinen Ästen zerstochen? Die Birke antwortete. Ich diene dir schon seit vielen Jahren. Doch schenkst du mir nicht einmal einen Zwirn. Das Mädchen aber hat mir ein Band geschenkt. Da begann Baba Yaga die Magd zu beschimpfen. Du dummes Stück, dreckige, unnütze Magd. Wieso hast du mich nicht geweckt? Warum hast du nicht gerufen? Warum hast du die Mädchen gestattet wegzulaufen? Ich arbeite bei dir seit so vielen Jahren. Du sprichst nie zärtlich zu mir. Das Mädchen allerdings, das hat mir ein Tuch geschenkt. Da sprang die Hexin ihrem fliegenden Mörser und nahm die Verfolgung auf. Mit dem Stößel beschleunigte sie. Denn, wie alle wissen, stößt man den Stößel, rasen Hexen schneller. Und mit dem Besen verbarg sie ihre Spur. Währenddessen lief das Mädchen weiter und weiter. Nach einer Weile legte sie sich auf die Erde und hörte, wie die Erde zitterte und bebte. Da wurde dem Mädchen klar, dass Baba Yaga schon ganz in der Nähe war. Es holte den Kamm heraus und warf ihn über ihre rechte Schulter auf die Erde. Auf dieser Stelle entstand sofort ein hoher Wald. Die Wurzeln der Bäume gruben sich tief ins Erdreich. Die Gipfel ragten in den Himmel. Und da kam schon die Frau älter als die Zeit angeflogen. Sie versuchte den Wald zu passieren, doch sie stieß gegen die Bäume. So ist es halt, wenn man versucht mit einem Stößel zu lenken. Also machte sie das Naheliegendste. Um hindurchzukommen, musste sie einfach die Bäume umknicken und die Äste durchbeißen. Das Mädchen allerdings machte keine Pause und lief weiter und sie lief und lief. Ob lang, ob kurz, hörte das Mädchen die Erde wieder zittern. Baba Yaga war wieder ganz nah. Das Mädchen nahm das Handtuch und warf es über die rechte Schulter auf die Erde. An der Stelle entstand sofort ein Fluss. Tief, unendlich tief und unglaublich breit. Baba Yaga gelangte ans Ufer und musste vor Zorn mit den Zähnen knirschen. Sie konnte nicht einfach über den Fluss. Sie kehrte zurück und trieb eine Herde von Stieren zu dem Fluss und zwang sie, das Wasser zu trinken. Die Stiere tranken und tranken, das Wasser wurde aber nicht weniger. Da wurde die Hexe schäumend wild vor Wut. Sie legte sich ans Ufer und begann selbst zu trinken. Sie trank, 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 trank und trank und platzte. Am Abend kehrte der Vater des Mädchens zurück nach Hause und fragte seine Frau, Wo ist denn meine Tochter? Sie ist zu meiner Schwester gegangen, um sie umzwirren und um eine Nadel zu bitten. Sie ist noch nicht wieder zurückgekommen. Als der Vater schon so besorgt war, dass er die Tochter suchen gehen wollte, lief das Mädchen ins Haus herein, vom Laufen ganz außer Atem. Wo warst du denn? fragte sie der Vater. Oh Vater, die Stiefmutter hat mich zu ihrer Schwester geschickt. Ihre Schwester aber ist Baba Jager, die knöcherne Hexe. Sie wollte mich fressen. Ich konnte ihr kaum entkommen. Als der Vater das erfuhr, nahm er einen schmutzigen Besen und vertrieb damit das böse Weib aus dem Haus. Seitdem wohnt er mit seiner Tochter zusammen. Glücklich und im Wohlstand. Hexe nicht verbrannt, aber dennoch tot. Stiefmutter noch in einem Stück, aber immerhin aus dem Haus. Und damit ist das Märchen auch schon zu Ende. Musik 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 Wie das Feuer auf die Erde kam. Eine Sage der Cherokee Im Anfang war die Welt kalt und die Tiere und Vögel hatten ihre Pelze und Federn sehr nötig, um sich warm zu halten. Da schaute der Donnergott hinab auf die kalte, unfreundliche Erde, und er sah, dass es nicht gut war. Er schickte also einen Blitzstrahl hinab, und der setzte einen Sykomabaum auf einer kleinen Insel in Brand. Der Stamm loderte wie eine Fackel, und alle Tiere sahen zu und freuten sich über die helle Wärme. So konnten sie sich immerhin frierend erfreuen, denn wie sollten sie das Feuer nun von der Insel zum Festland bringen? Nachdem die ersten Festgelage über den Anblick einer Flamme und ihrer fernen Wärme vorüber waren, hielten sie Rat, und ein jedes von ihnen wollte helfen und vor allem dasjenige sein, welches das Feuer selbst brachte. Man stelle sich das nur vor. Eines Tages würden dann Märchen von einem erzählt werden. Als erstes sprach der Rabe, »Das Beste wird sein. Ich fliege hinüber zur Insel und bringe etwas von dem Feuer mit.« Gesagt, getan. Er flog hin zu der Insel und versuchte, das Feuer zu holen. Aber zurück kam er verbrannt und verängstigt und vor allem ohne Feuer. Seit diesem Tag ist der Rabe schwarz. Ich muss nicht erwähnen, dass die Taube es nicht versuchte, oder? Nein? Gut. Als nächstes Tier versuchte es die kleine Eule. Sie kam wohl behalten bis zu dem Baum, aber als sie in den brennenden, hohlen Stamm hinab schaute, schlug ihr die Lohe ins Gesicht und verbrannte ihr beinahe die Augen. Seither sind ihre Augen rot und blinzeln bei grellem Licht. Die schwarze Schlange wollte besonders schlau sein. Zuerst, sie kann vom Ruß nicht noch schwärzer werden. Zum anderen, sie versuchte es nicht über den Luftweg. Sie schwamm zu der Insel, kroch vorsichtig durch das Gras und fand ein kleines Loch am Fuß des Stammes. Dort schlüpfte sie hinein und hoffte, sie werde ein wenig Glut davontragen können. Aber im Inneren des brennenden Baumes war es so schrecklich heiß. Die Schlange fürchtete zu ersticken. Rasch schnellte sie wieder zu dem kleinen Loch zurück und schlüpfte hinaus ins Freie. Nachdem es auch der Schlange nicht gelungen war, das Feuer zu holen, waren die Tiere verzweifelt. Keines wagte sich in der Nähe des glühenden Baumes. Und immer noch war die Welt kalt und unfreundlich. Da meldete sich die kleine, schwarz-rot gestreifte Wasserspinne und bat, einen Versuch wagen zu dürfen. Es ist ziemlich egal, ob der Rest der Tiere nun dafür oder dagegen war, denn keiner wollte es mehr wagen oder es wagen und wie die anderen versagen. Die Spinne webte eine kleine Schüssel und befestigte sie auf ihrem Rücken. Sie lief über das Wasser zur Insel, zog ein winzig kleines Stück glühender Holzkohle aus dem Baum, glitt eilig wieder über das Wasser zurück zum Festland und brachte den Tieren das Feuer. Und wer sich heute die Wasserspinne ganz genau anschaut, der wird auf ihrem Rücken immer noch die Schüssel entdecken, in der sie die Wärme in eine kalte Welt trug. Musik 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 Sie ist ja eben da hier. Die Weizenkornlegende. Ein Märchen aus Indien. Es war einmal, so im dritten oder vierten Jahrhundert, ein tyrannischer Maharaja Bahadur namens Shiran. Er war der sehr festen Überzeugung, durch seine Geburt selbst ein besserer Mann, ein besserer Mensch, wenn nicht gar mehr, als alle anderen des Reiches zu sein. Und knechtete seine Untertanen, wie es ihm beliebte. Ob nun zur Mehrung seines schier unermesslichen Reichtums, denn oft kommt Vermögen mit der Gier ins Haus, aus Kurzsichtigkeit, Boshaftigkeit oder schlicht zu seinem Vergnügen. In Kürze stürzte er so das komplette Land in Not und Elend, sodass das Geschrei außerhalb des Palastes groß war. Der Sohn des Dahir sah die Lage und kam ins Grübeln. Er war sich im Klaren darüber, dass etwas geändert werden müsse. Man müsse dem Ratscher irgendwie vermitteln, was er da täte und was er damit für einen Schaden anrichte. Die Aufmerksamkeit des Königs auf seine eigenen Fehler lenken. Allerdings ohne ihn dabei zu erzürnen, denn das würde eher in Sklaverei, wenn nicht gar auf dem Blutgerüst enden. So erdachte der weise Brahma Sissa ein Spiel, in dem der König zwar die wichtigste Figur sei, aber ohne die Hilfe der anderen Figuren. Ob nun die Mantri, die Berater, Rata, die Wagen, selbst Gajar, die Elefanten, Ashwa, Padati oder wie wir es halt kennen, die Bauern, nicht überleben konnte. Die vermeintlich unwichtigste Figur konnte richtig gesetzt das Spiel entscheiden, den Ratscher selbst schlagen und keine von ihnen war allein in der Lage, es zu gewinnen. Sissa Ibn Dahir stellte nun dieses Spiel, Chaturanga, welches wir heute als Schach kennen, dem Maharajah Bahadur vor und unterrichtete ihm in diesem. Die Lektionen im Schachspiel machten auf Shiram einen starken Eindruck. Und tatsächlich geschah das, was sich Sissa erträumt hatte. Der Ratscher wurde milder, achtete mehr auf seine Untergebenen und sah sich nicht mehr als Nabel der Welt. Er ließ sogar das Schachspiel verbreiten, damit jeder davon Kenntnis nehme. Um sich nun für die anschauliche Lehre und Lebensweisheit und zugleich Unterhaltung zu bedanken, gewährte er dem Brahmanen einen freien Wunsch. Und da begann Sissa zu überlegen. Schließlich hatte er eine Eingebung und musste darüber selbst ein wenig siegessicher schmunzeln. O Weisester unter der Sonne, erster untergleichen, Liebling, Myriaden Götter, begann er. Die meisten würden sich nun Silber, Gold und Edelsteine wünschen. Ich hingegen möchte einfach einige Weizenkörnchen haben. Er nahm das Schachbrett vom Tisch und legte es vor sich. Legt einfach ein Weizenkorn auf das erste Feld. Doppelt so viel auf das zweite, also zwei. Auf das dritte wiederum das doppelte von dem zuvor. Ergo vier. Und immer so weiter. Shiram lachte und war zugleich etwas erbost, denn dieser lächerliche Wunsch wirkte viel zu gering für ein solch fantastisches Spiel. Er versprach Sissa, den Weizen zu seinem Haus liefern zu lassen und entließ ihn für den heutigen Tag. Ich meine, wie viel kann das schon sein? Käme überhaupt ein Säckchen voll? Vielleicht zwei. Als er sich ein paar Tage später erkundigte, ob Sissa seine Belohnung schließlich im Empfang genommen hätte, sagte man ihm, der Rechenmeister wäre noch nicht fertig, die genaue Menge der Weizenkörner berechnet zu haben. Da war der Maharadscha schon ein wenig verblüfft. Nach einigen weiteren Tagen meldete sich nun der Vorsteher der Kornkammern und ließ verkünden, dass er diese Menge an Getreidekörnern im ganzen Reich, vielleicht auf dem ganzen Kontinent, wenn nicht gar auf der ganzen Welt, nicht aufbringen könnte. Ungläubig ging Shiram zum Rechenmeister und ließ die Summe verkünden. Herr, die Menge der Weizenkörner ist 2 hoch 63 plus 1 minus 1. Oder halt 18.446.744.73.709.551.615. Der Kiefer vom Maharadscha glitt nach unten. Ein wenig zu abstrakt für euch, meine Freunde? Lasst es mich so sagen. Diese Menge wären letztendlich ungefähr 922 Milliarden Tonnen Weizen. So als kleinen Vergleich, letztes Jahr hatten wir eine Ernte von 765 Millionen Tonnen. Weltweit. Durchaus ratlos stellte er, also Shiram, sich nun die Frage, wie das Versprechen eingelöst werden könne. Denn, dass er wortbrüchig wurde, stand für den geläuterten Ratscha außer Frage. Da half der Rechenmeister dem Herrscher aus der Verlegenheit, indem er ihm empfahl, er solle Sissa eben daher ganz einfach das Getreide, Korn für Korn, selbst zählen lassen. Das glaubt ihr nicht? Ihr meint, es sei nur ein Märchen. Ich sagte euch schon einmal. Ein jedes Märchen ist wahr. Es muss so sein. Ansonsten ist es kein Märchen. Probiert es einfach selbst aus. Nehmt euch ein Schachbrett und fangt mit einem Weizenkorn an. Das ist ein Schachbrett und fangt mit einem Schachbrett und fangt mit einem Schachbrett. Die Schöne und das Biest Ein Märchlein von Charles Perrault Es war einmal ein Kaufmann, der, bevor er eine lange Reise antrat, jede seiner drei Töchter fragte, was er ihnen mitbringen sollte. Die erste wünschte sich ein Brokatkleid. Die zweite eine Perlenkette. Und die dritte, die Bella hieß, und die schönste und liebenswürdigste war, sagte nur, ich möchte, dass du mir eine Rose pflückst. Der Kaufmann reiste ab, und als er seine Geschäfte erledigt hatte, machte er sich auf den Heimweg. Doch plötzlich überraschte ihn ein Sturm. Müde und fröstelnd hatte der Kaufmann bereits die Hoffnung aufgegeben, noch vor Einbruch der Nacht ein Wirtshaus zu finden, als er ein beleuchtetes Schloss zwischen den Bäumen wahrnahm. Hoffentlich können die mich aufnehmen, dachte er zuversichtlich, aber als er am Tor eintraf, sah er, dass es offen stand. Doch so laut er auch rief, niemand antwortete ihm. Er fasste sich ein Herz und trat laut rufend ein. Im großen Saal war auf einem langen Tisch ein üppiges Abendessen angerichtet, das von zwei Kerzenleuchtern beschienen wurde. Der Kaufmann zögerte eine Weile, aber als sich trotz seiner Rufe niemand meldete, setzte er sich und verzehrte heißhungrig das reiche Mahl. Neugierig stieg er dann in das Obergeschoss. An einem langen Flur lagen wunderschöne Seele und Zimmer. In einem knisterte ein munteres Feuer und ein weiches Bett schien ihm zum Ruhen einzuladen. Es war schon spät und der Kaufmann ließ sich gerne verführen. Er legte sich ins Bett und fiel in einen tiefen Schlaf. Am Morgen weckte ihn ein Sonnenstrahl, der durch das offene Fenster fiel. Neben ihm standen ein silbernes Tablett mit einer Kanne dampfenden Kaffee und Früchten. Der Kaufmann frühstückte und kleidete sich an. Dann ging er nach unten, um seinen großzügigen Gastgeber zu danken. Da fiel ihm das Versprechen ein, das er Bella gegeben hatte, seiner Drittgeborenen, und er bückte sich, um eine Rose zu pflücken. Plötzlich kam aus dem Rosenbusch eine grauenvolle Bestie hervor. Edel gewandet, aber mit blutunterlaufenden Augen, die ihn zornig und drohend anstarrte. Und eine furchtbare, tiefe Stimme schreckt ihn auf. Du undankbarer Mensch! Ich habe dich aufgenommen! Du hast an meinem Tisch gesessen! In meinem Bett geschlafen! Und zum Dank stielst du meine Lieblingsblumen! Töten werde ich dich für diese Missetat! Der Kaufmann flehte. Verzeih mir! Verzeih mir! Lass mir mein Leben! Oh, bitte, bitte lass mir mein Leben! Die Rose war nicht für mich! Sie war für meine Tochter bestimmt, der ich versprochen hatte, sie hier von meiner Reise mitzubringen! Bitte, bitte, tu mir nichts! Verzeih mir! Verzeih mir! Die Bestie zog die Pranken von dem Unglückseligen zurück. Ich werde dich ziehen lassen, wenn du mir deine Tochter bringst. Der verängstigte Kaufmann versprach, nachdem ihn bei Nichtbefolgung der Tod angedroht war, dem Befehl zu gehorchen. Als er weinend heimkehrte, wurde er von seinen drei Töchtern empfangen und nachdem er sein schreckliches Abenteuer erzählt hatte, beruhigte Bella ihn sofort. Vater, ich werde alles für dich tun, mach dir keine Sorgen. Du kannst dein Versprechen halten und dein Leben retten. Bring mich zum Schloss. Ich werde dort an deiner Stelle bleiben. Der Vater umarmte seine Tochter. Ich habe nie an deiner Liebe gezweifelt. Ich danke dir, dass du mein Leben rettest. Hoffentlich. So wurde Bella zum Schloss geleitet. Und die Bestie empfing das junge Mädchen auf eine gänzlich unerwartete Weise. Anstatt ihm, wie ihrem Vater, mit dem Tod zu drohen, war sie sehr freundlich. Bella, die anfangs Widerwillen empfunden hatte, wurde sich mit der Zeit bewusst, dass sie sich nicht mehr vor dem Biest ekelte. Man hatte ihr das schönste Zimmer des Schlosses zugewiesen und sie saß stundenlang neben dem Kaminfeuer und stickte. Die Bestie ruhte neben ihr und beobachtete sie schweigend. Aber mit der Zeit begann sie, dem Mädchen ab und zu ein paar nette Worte zu sagen. Und Bella wurde sich zu ihrem Erstaunen bewusst, dass die Gespräche ihr Freude machten. Die Zeit verging und die Vertraulichkeit zwischen den beiden so unterschiedlichen Wiesen wuchs, bis die Bestie eines Tages wagte, Bella um ihre Hand zu bitten. In ihrer Überraschung wusste Bella anfangs nicht, was sie antworten sollte. Ein so grauenvolles Monstrum heiraten? Er wollte sie sterben. Aber sie wollte nicht beleidigen, wer so freundlich zu ihr gewesen war und konnte auch nicht vergessen, dass sie und ihr Vater nicht getötet waren. Ich, 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 ich kann nicht einwilligen, begann sie mit einer zitternden Stimme. Ich, ich möchte gern. Die Bestie unterbrach sie mit einer ungeduldigen Gebärde. Ich verstehe, ich verstehe. Ich hege deswegen kein Grüll gegen dich. In der Tat nahm sie ihre alten Gewohnheiten wieder auf. Eines Tages schenkte die Bestie ihr einen Zauberspiegel. Wenn Bella in ihn hineinschaute, konnte sie ihre ferne Familie sehen. So wird eure Einsamkeit weniger drückend, waren die Worte, mit der diese Gabe überreicht wurde. Bella verbrachte viele Stunden vor dem Spiegel. Aber dann begann sie sich Sorgen zu machen und eines Tages fand das Biest sie in Tränen aufgelöst vor dem Zauberspiegel sitzen. Was ist geschehen? fragte es besorgt wie immer. Mein Vater ist schwer krank und liegt im Sterben. Ich möchte ihn so gerne noch einmal sehen. Das ist unmöglich. Ihr werdet das Schloss nie verlassen. Die Bestie schüttelte den Kopf und entfernte sich wutschnaubend. Doch bald kehrte sie zurück und verkündete mit ernster Stimme. Wenn ihr bei dem Liebsten, das ihr auf der Welt habt, versprecht, dass ihr in einer Woche wieder hier sein werdet, lasse ich euch zu eurem Vater gehen. Bella warf sich ihr glücklich zu Füßen. Ich verspreche es, ich verspreche es. Wie gut ihr seid. Ihr habt eine treue Tochter so glücklich gemacht. Der Vater, der hauptsächlich aus Trauer um seine Tochter, die an seiner Stelle, Gefangene der Bestie war, erkrankt war, fühlte sich so gleich besser, als er seine Tochter wieder in die Arme schließen konnte. Und kurz darauf war er völlig genesen. Die Tochter verbrachte viele Stunden mit ihm und erzählte ihm, was sie im Schloss tat und auch, wie nett und zuvorkommend die Bestie war. Die Zeit verging wie im Fluge und endlich konnte der Vater das Bett verlassen. Bella war glücklich, hatte aber nicht bemerkt, dass die versprochenen sieben Tage bereits verstrichen waren und so fuhr sie eines Nachts nach einem schrecklichen Traum aus dem Schlaf auf. Sie hatte das Biest gesehen, die sie sterbend anflehte. Komm zurück! Komm zurück! Vielleicht, weil sie ihr Versprechen halten wollte, vielleicht aus einer merkwürdigen und unerklärlichen Zuneigung, die sie glaubte, für die Bestie zu empfinden, wie dem auch war, sie beschloss, sofort aufzubrechen. Lauf, mein Pferd, lauf! Rief sie dem Rost zu, das sie zum Schloss brachte, aus Angst, nicht rechtzeitig zu kommen. Im Schlosse angekommen, rannte sie die Treppe hinauf und rief. Aber niemand antwortete ihr. Alle Zimmer waren leer. Ihr Herz klopfte laut, als sie in den Garten ging, und eine furchtbare Ahnung ermächtigte sich ihrer. Die Bestie lag da, gegen einen Baum gelehnt, mit geschlossenen Augen, und sah aus wie tot. Bella umschlang sie verzweifelnd. Du darfst nicht sterben! Du darfst nicht sterben! Ich werde bei dir bleiben! Ich werde dich heiraten! Bei diesen Worten geschah ein Wunder. Mit einem Male verwandelte sich der grauenvolle Kopf des Monstrums in das Antlitz eines schönen Jünglings. Oh, wie lange habe ich auf diesen Augenblick gewartet? Ich habe schweigend gelitten, ohne mein schreckliches Geheimnis offenbaren zu können. Weißt du, eine böse Hexe hat mich in ein Ungetüm verzaubert, und nur die Liebe eines Mädchens, das mich so, wie ich war, zum Manne nehmen würde, konnte mich in einen Menschen zurückverwandeln. Oh, meine Liebe, wenn du mich heiraten willst, werde auch ich glücklich sein. Nach kurzer Zeit wurde die Hochzeit gefeiert, und der junge Prinz, denn natürlich war es ein Prinz, verfügte, dass von jetzt an zu Bellas Ehren nur noch Rosen im Garten gezüchtet werden. Und deswegen, meine Freunde, heißt dieses Schloss auch heute noch das Rosenschloss. Die Hochzeit ist das Rosenschloss. Ein Kobold in Eselsgestalt. Ein Märchen aus Irland. Der gute alte Patrick Henry pflegte einen Großteil des Jahres, Geschäfte halber in Dublin zuzubringen. Und da er seine Familie gewöhnlich mitnahm, so blieben nur seine Knechte und Mägde zurück, um das Haus zu bewachen. In diesem Haus schien es aber nicht recht geheuer zu sein, denn jede Nacht klopfte es an die Küchentür. Und dann wurden die Teller und Schüsseln so durcheinander geworfen, dass man meinte, es bliebe nichts mehr ganz. Da die Dienerschaft aber allesamt abergläubischer war, als der Bischof von Kallall nach dubiosen regelmäßigen Besuchen dreier Hexen und eines vermeintlichen Hexers, welche ihm den Wein wegsoffen, wagte es keiner des Nachtens in der Küche nachzusehen. Denn sie fürchteten, es können Brownies, ein Gespenst, einer vom stillen Volke oder was sich sonst noch in finsterer Nacht in Irland so tummelt sein. Nun hatten sich die Dienstboten eines Abends vor dem Schlafengehen in der Küche allerlei Geistergeschichten erzählt. Wobei ein Knecht in einer Ecke so tief eingeschlafen war, dass er die anderen nicht weggehen hörte. Plötzlich wurde er nun durch einen lauten Schlag an die Türe geweckt, und als er sich aufrichtete, sah er einen großen Esel vor sich, der ganz munter seine Stimme erscheinen ließ. Der Knecht war so erschrocken, dass er kein Wort sprechen konnte, und er glaubte, der Esel würde ihn jeden Augenblick verschlingen. Was Esel halt so tun. Vielleicht auch nur irische, man weiß es nicht. Doch der langurige Fremde bekümmerte sich nicht weiter um ihn. Denn er hatte dem Anschein nach viel wichtigere Geschäfte zu besorgen. Zuerst blies er das Feuer wieder an. Und dann stellte er mit seinen Vorderfüßen ein Kessel voll Wasserdach auf. Und während dem dasselbe warm ward, stellte er alle Teller und Schüsseln auf den Küchentisch zusammen. Auch sah er sich etwas aufmerksamer in der Küche um und beschnüffelte den ängstlichen Knecht von allen Seiten, ohne jedoch ihm das geringste Leid zuzufügen. Als das Wasser anfing zu kochen, iahte er vor Freude so laut, dass die Fensterscheiben am ganzen Haus klirrten. Und dann wusch er alle Tisch- und Küchengeräte so sauber, wie es die beste Markt im vornehmsten Gasthofe zu Dublin nicht schöner fertig gebracht hätte. Danach stellte er alles wieder an die geeigneten Plätze, machte das Feuer aus und ging seiner Wege. Jetzt atmete der Knecht wieder frei auf und schlich sich in sein altes Schlafgemach. Am nächsten Morgen erzählte er sein Erlebnis und die Dienstboten hatten nun den ganzen Tag Stoff zur Unterhaltung. Köstlich, sagte eine Magd, wenn der Esel das Geschirr abwäscht, so brauchen wir es ja nicht mehr zu tun und können also eine halbe Stunde eher schlafen gehen. Das ist wohl das Gescheiteste, was du je in deinem Leben gesprochen hast, erwiderte eine andere. Und dass sie seit dieser Zeit dem Esel alle Küchenarbeiten überließen, verstand sich von selbst. Um Himmels Willen, wer würde das nicht machen? Oder sich wünschen. Also vielleicht würde man nicht auf den Gedanken kommen, sich einen geschirrabwaschenden Esel zu wünschen. Aber wenn man wüsste, es gäbe einen, dann würde man dieses gewiss tun. Sie hörten sogar auf, den Boden zu scheuern, stellten dafür allerdings einen Schrubber und einen Eimer bereit, denn wenn der Esel schon des Nachtens rödelt, so sollte es sich ja auch für ihn lohnen. Am Morgen war die Küche jedes Mal so reingescheuert und alle Schüsseln und Teller waren so blank, dass ein König daraus hätte essen können. Den faulen Mägden gefiel dies natürlich über alle Maßen und sie hätten gerne noch mehr solcher Esel im Hause gesehen, welche die anderen Arbeiten verrichtet hätten. Nun war unter den Knechten allerdings einer, der hatte Courage und blieb eines Abends in der Küche sitzen und wartete auf den Esel. Als er selbe gekommen war und eben seine gewohnte Arbeit beginnen wollte, schaute ihn der Knecht fasziniert an und frug ohne zu helfen. Sich dafür allerdings von dem Esel einen Tee servieren lassend, dürfte ich vielleicht wissen, wer du eigentlich bist und weshalb du deine Nachtruhe den Mägden opferst. Das will ich dir sagen, erwiderte der Esel. Ich war früher ein Knecht in diesem Hause, wie du. Allerdings war ich der Allerfaulste, den die Sonne jemals beschien. Als ich gestorben war, wurde mir die Strafe auferlegt, jede Nacht dieses Haus zu besuchen und alles, was in der Küche ist, zu reinigen. Das ist ja mal eine Geschichte. Ein alter, verfluchter Kollege also. Was ein Schicksal. Und was für ein Glück für die Mädels. Äh, ich meine, was ein tragisches Schicksal. Können wir vielleicht irgendetwas für dich tun? Oh ja, wenn ihr wollt. Es ist manchmal sehr empfindlich kalt und wenn ihr mir einen warmen Rock machen ließet, so würde ich euch sehr, sehr dankbar sein. Einen Rock? Den sollst du mit größtem Vergnügen haben. Nach einigen Tagen wurde dem Esel ein wunderschöner, warm gefütterter Rock mit vier Ärmeln für die Beine geschenkt und als er ihn angezogen hatte, sprach er, der passt mir wie angemessen und ich bin euch wirklich sehr verbunden. Ich empfehle mich. Darauf ging er fort und einer der Mägde rief ihm nach. Moment. Du gehst heute viel zu früh fort. Du hast ja deine Arbeit noch gar nicht getan. Wir haben extra einen neuen Besen für dich gekauft. Jetzt ist wieder an euch die Reihe, erwiderte er. Meine Strafe sollte nur so lange dauern, bis mich jemand für meine Dienste bezahlte. Der Rock hier ist ein vortrefflicher Lohn. Ihr seht mich jetzt nie mehr. Und so war es auch. Solltet ihr jedoch einen Esel in einem warm gefütterten Gehrock sehen, der euer Geschirr abwaschen möchte oder durch die Küche wischt, wäre es an der Zeit das Guinness oder den Whisky stehen zu lassen und zu Bett zu gehen. Gute Nacht, meine Freunde. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Der kleine Sackpfeifer Ein Märchlein aus Irland Vor noch nicht lange lebte an den Grenzen der Graschaft Tipperabby ein rechtschaffendes Ehepaar. Michael Flanagan und Judy Melden. Denn dort herrscht die Sitte, dass die Frau den Namen ihrer Familie fortführt. Diese armen Leute hatten vier Kinder. Also sie waren arm und hatten vier Kinder. Nicht, dass sie arm waren, da sie... ach, ist ja auch egal. Vier Kinder. Alle waren es Knaben. Drei davon waren so schöne, wohlgewachsene, gesunde, frisch aussehende Kinder, als die Sonne je beschienen hat. Und es war genug, einen Elender auf das Geschlecht seiner Heimat stolz zu machen, dass er an einem hellen Sommertag zu Mittagszeit diese vier Kinder erblickte. Wie sie so vor der Haustüre ihres Vaters standen, mit dem prächtigen Flaxa, das gelockt von dem Kopfherr abhingen und eine dicke, lachende Kartoffel einem jeden in der Hand dampfte. Lachende Kartoffeln. Dazu kommen wir ein andermal. Stolz war Michael auf diese schönen Kinder. Und Judy war auch stolz darauf. Und beide hatten recht genug dazu. Aber ganz anders verhielt es sich mit dem noch übrigen, welcher der dritte von oben war. Das war der erbärmlichste, hässlichste und missgeschaffenste Wicht, dem Gott noch je Leben verliehen hatte. So ungestallt, dass er nicht fähig war, allein zu stehen oder seine Wiege zu verlassen. Er hatte langes, struppiges, verfilztes, rabenschwarzes Haar, eine grün-gelbe Gesichtsfarbe, Augen wie feurige Kohlen, die immer hin- und herblickten und in beständiger Bewegung waren. Ehe er zwölf Monate alt war, stand ihm der Mund schon voll großer Zähne. Seine Hände glichen Katzenkrallen, seine Beine waren nicht dicker als ein Peitschenstiel und nicht gerade als eine Sichel. Und was die Sache noch schlimmer machte, er hatte den Magen von einem Vielfraß und sein Mund hörte nicht auf zu bellen, zu kreischen und zu heulen. Die Nachbarn schöpften argwohn, es möchte nicht ganz richtig mit ihm sein, besonders als sie beobachteten, wie er sich betrug, sobald von Gott oder anderen frommen Dinge die Rede war. Wenn dies, nach der Sitte des Landes, abends am Feuer geschah, in dessen Nähe die Mutter gewöhnlich seine Wiege gestellt hatte, damit der Balk recht warm liege, so pflegte er mitten in diesem Gespräch, sich aufzusetzen und zu heulen, nicht anders als ob der Teufel selbst in ihm steckte. Sie ratschlagten deshalb einmal gemeinschaftlich, was mit ihm anzufangen wäre. Einige meinten, man sollte ihn auf eine Schaufel setzen, aber das litt Judys Stolz nicht. Das wäre ja schön, dachte sie. Mein leibliches Kind auf eine Schaufel legen und hinaus auf den Mist werfen? Wie eine tote Katze oder eine vergiftete Ratte? Nein, davon will ich nichts hören. Ein altes Weib, von dem bekannt war, dass es sich auf das Hexenwesen wohl verstand, sprach, Ich will euch einen sicheren Rat geben. Legt die Zange ins Feuer, bis sie gelutrot ist, und packt seine Nase damit. Dann ist er gezwungen zu sagen, wer er ist und woher er kommt. Darauf könnt ihr euch verlassen. Denn sie glaubten alle, der Balk sei von dem stillen Volke vertauscht worden. Aber Judy hatte ein zu gutes Herz und liebte das Teufelchen zu sehr, als dass sie hätte dazu einwilligen können. Obgleich ein jeder sagte, dass sie nicht recht handelte. Nachdem der eine dies, der andere jenes vorgeschlagen hatte, sagte zuletzt eines, man sollte nach dem Geistlichen, einen frommen und gelehrten Mann senden, dass er das Kind besehe. Dagegen hatte zwar Judy nichts einzuwenden, aber immer wenn sie im Begriff war, es zu tun, kam etwas dazwischen. Und das Ende war, dass der Geistliche das Kind niemals sah. Eine Zeit lang blieb es daher in dem alten Gleise. Der Balk kreischend und heulend aß mehr als seine drei Brüder zusammen. Streiche aller Art führte er aus, und die Boshaftesten waren ihm die Liebsten. Endlich trug es sich zu, dass einem landeumziehender blinder Sackpfeifer Timotheus, manche nennen ihn Tim, Carol genannt, hereingerufen wurde und sich zu der Hausfrau beim Feuer niedersetzte, um ein wenig zu schwätzen. Nach einiger Zeit holte Tim, der mit seiner Musik nicht gerade zurückhaltend war, was von vielen Sackpfeifern der hervorstechendste, wenn auch nicht beste Eigenschaft ist, die pfeiften hervor und begann gewaltig zu lärmen. In demselben Augenblick richtete sich das kleine Ding, das bisher in seiner Wiege Mäuschenstill gelegen hatte, in die Höhe, grinste und verdrehte sein garstiges Gesicht, fort mit seinen langen, braun-gelben Armen in der Luft umher, ließ die Augen in ihren Höhlen kullern, streckte seine krummen Beine heraus, kurz, es gab alle Zeichen der größten Freude über die Musik von sich. Es hatte auch nicht eher Ruhe, als bis es die Pfeifen in seine eigenen Hände bekam. Und, um ihm den Spaß zu machen, sagte die Mutter zu Tim, gib sie ihm auf einen Augenblick. Tim, der die Kinder gern hatte, war so gleich bereit dazu. Weil er aber des Gesichts beraubt war, so nahm Judy selbst das Instrument, brachte es dem Kind zu der Wiege und wollte es ihm vorhalten. Aber das war nicht nötig. Der Kleine schien sich schon vollkommen darauf zu verstehen. Er setzte die Pfeifen an, nahm Balg und Säcke unter die Arme und handhabte beides, als wäre er schon 20 Jahre dabei gewesen und blies ein wohlbekanntes Lied, das es eine Art hatte. Jeder Mann war im größten Erstaunen und die arme Mutter bekreuzigte sich. Aber Tim, der seiner Blindheit wegen nicht recht wusste, wer bliese, geriet außer sich vor Freude. Und als er vernahm, dass der kleine Duckmäuser noch nicht fünf Jahre alt war und seinen Lebtag keine Pfeifen gesehen hatte, wünschte er der Mutter Glück zu ihrem Sohne. Könnt ihr euch von ihm trennen? So will ich ihn aus euren Händen zu mir nehmen. Das ist ein geborener Pfeifer, ein Musikus von Natur. Noch ein bisschen guter Unterricht bei mir? Vielleicht bis er sechs oder sieben ist? So gibt's seinesgleichen in der ganzen Grafschaft nicht mehr. Die arme Frau, in der größten Freude über alles, was sie da hörte, besonders was Tim von natürlichen Gaben sagte, beschwichtigte einige Besorgnisse, die sich in ihren Gedanken erhoben. So ist es doch nicht wahr, dachte sie, was die Nachbarn zu verstehen gaben. Und es freut mich, dass mein Liebeskind einmal nicht nötig hat, herumzuziehen und zu betteln, sondern ehrlich, naja, als Sackpfeifer, so ehrlich wie halt möglich, sein Brot verdienen kann. Als abends Michael von der Arbeit heimkam, erzählte sie ihm alles, was sich zugetragen und Tim Carroll gesagt hatte. Michael war natürlicherweise sehr erfreut über das, was er zu hören bekam, denn der hilflose Zustand des armen Geschöpfs war ihm ein großer Kummer. Den folgenden Tag trieb er ein Schweinchen auf den Markt und mit dem Erlös ging er nach Klommel und bestellte funkelneue Pfeifen von passender Größe für das Kind. Nach 14 Tagen kam sie an, in demselben Augenblick, richtete auch das kleine Ungeheuer seine Blicke darauf, schrie vor Vergnügen, zappelte mit seinen erbärmlichen Gelietmaßen, tobte in der Wiege und wackelte auf eine lächerliche Art herum, bis sie ihm, damit er nur ruhig wurde, die Pfeifen gaben. Alsbald setzte er sie an und spielte ein Lied zur Verwunderung aller, die es anhörten. Der Ruf von seiner Geschicklichkeit verbreitete sich nah und fern, denn in den sechs nächsten Grafschaften war niemand imstande, ihm es nachzutun, wenn er die alten, beliebten Lieder und Reigen wie »Der Haas im Korn« oder »Der Fuchsjäger« oder jene artigen irische Tänze aufspielte, bei welchen jedermann tanzen muss, er mag wollen oder nicht. Man erstaunte, wenn er die Fuchsjagd vorschnarrte. Es war nicht anders, als hörte man die Rüden anschlagen, die Hetzhunde hintendrein bellen, die Jäger und die Peitscher loben oder strafen. Kurz, es war fast ebenso gut, als sehe man die Jagd selbst. Dabei kagte er nicht mit seiner Musik und die Burschen und die Mädchen pflegten oft in seines Vaters Hütte zu tanzen. Wenn er Musik macht, sagten sie, »ist's, als ob wir Quecksilber in die Füße bekämen und bei keinem anderen lässt es sich so leid und lustig tanzen.« Außer dieser artigen, irischen Musik hatte er noch eine ganz wunderliche, ihm allein eigene Weise, die seltsamste, die man je mit Ohren gehört hat. In dem Augenblick, wo er sie zu spielen begann, schien jedes Ding im Haus Lust zum Tanz zu bekommen. Teller und Schüsseln klapperten auf dem Küchentisch, Töpfe und Henkel raschelten an dem Herd und wer auf dem Stuhl saß, wurde von derselben Neigung getrieben, welcher der Stuhl unter ihm empfand. Wie sich das nun auch mit den Stühlen verhalten mochte, so viel ist gewiss. Niemand konnte sich lange auf dem Sitz behaupten, denn beides, alt und jung, fiel in tollen Sprüngen zur Erde nieder. Die Mädchen klagten, dass, wie er nur diese Weise anfange, sie zum Tanz getrieben würden und ohne ihre Füße länger in der Gewalt zu haben, auf den Boden niederfielen, als tanzten sie auf glattem Eis und jeden Augenblick in Gefahr wären, auf ihrem Rücken oder ihrem Angesicht herumzuzappeln. Und die jungen Burschen, die ihre Geschicklichkeit zeigen wollten, ihre neuen Tanzschuhe, ihre glänzenden roten und grünen oder gelben Strumpfbänder, schworen, dass sie nicht imstande wären, ihre kunstreichen Tänze und Wendungen herauszubringen, sondern sich alsbald ganz betäubt und verwirrt fühlten. Alt und jung stießen und prallten aneinander, dass es zum Erbarmen war. Und wenn dann alles auf der Flur durcheinanderwirbelte, so grinste der unselige Wechselbalk, kicherte und ächzte, gerade wie ein Affe, wenn er ein Schelmstück ausgeführt hat. Je älter, je schlimmer ward er und als er erst sechs Jahre alt war, war das ganze Haus in der Flucht vor ihm. Er stellte es immer an, dass seine Brüder sich am Feuer verbrannten oder mit siedendem Wasser begossen oder die Beine über Töpfen und Stühlen zerbrachen. Im Herbst, wenn er alleine daheim gelassen wurde und seine Mutter kam nach Haus, so fand sie die Katze auf dem Rücken des Hundes sitzen, mit dem Gesicht nach dem Schwanz und die Beine waren ihr fest angebunden. Dazu blies das Allraunchen seine tolle Weise, sodass der Hund heulend umhersprang und Mieze-Kätzchen um sein Liebesleben miaute und sein Schwänzchen auf- und niederschlug und berührte es damit des Hundes Schnauze, so schnappte dieser danach und biss hinein. Und das war dem Balk eine Herzenslust. Ein andermal, als Michael bei der Arbeit war, trug es sich zu, dass ein ehrbarer Mann eintrat. Judy wischte einen Stuhl mit ihrer Schürze ab und sagte, »Setzt euch nieder und ruht euch von eurem Weg aus!« Der Mann setzte sich mit dem Rücken gegen die Wiege. Hinter ihm stand eine Pfanne mit Blut, da Judy Würstchen machen wollte. Das kleine Scheusal lag still in seinem Nest und wartete die Gelegenheit ab, bis es einen an dem Ende einer Schnur befestigten Haken behändend und geschickt in die Zöpfe der zartgekräuselten Perücke, welcher der Mann trug, werfen konnte und dann zog es sie daran herab in die Pfanne mit Blut. Ein andermal hatte seine Mutter die Kuh gemolken und kam mit dem Eimer Milch auf den Kopf. So wie er sie sah, hob er seine teuflische Musik an und in demselben Augenblick ließ die arme Frau den Eimer los, klatschte die Hände zusammen, fing an zu tanzen und goss die ganze Milch ihrem Mann auf den Kopf, der eben Torf herbeibrachte, das Essen daran zu kochen. Es würde kein Ende nehmen, wenn man alle seine boshaften Streiche erzählen wollte. Bald darauf ereignete sich an dem Vieh des Pächters ein Unfall nach dem anderen. Das Pferd bekam den Schwindel, ein hübsches Kälbchen konnte sich nicht mehr auf den Beinen erhalten, die Kuh ward bösartig und trat den Milcheimer um und die Decke von einem Ende der Scheune fiel herab. Der Pächter setzte sich in den Kopf, dass das unglückliche Kind des Michaels Schuld an allem diesen Unheil wäre. Eines Tages rief er Michael zu sich und sprach Ihr seht selbst, es geht nicht so zu, wie es sollte. Und um es gerade herauszusagen, ich glaube, euer Kind ist die Ursache davon. Ich komme immer weiter herunter und lege mich keinen Abend in mein Bett, ohne zu denken, was wird dir nun morgen wieder begegnen. Es wäre mir daher lieb, wenn ihr euch nach einer anderen Arbeit umschauen wolltet. Ihr seid ein Mann so brav als einer im Land und ihr braucht, um eure Arbeit nicht verlegen zu sein. Michael antwortete, er sei selbst voll Kummer über die Unglücksfälle. Er habe sich auch schon Gedanken über das Kind gemacht, das doch einmal sein Kind sei und für das er also auch Sorge tragen müsse. Er versprach auch, sich alsbald nach einer anderen Stelle umzusehen. Demnach machte Michael den nächsten Sonntag in der Kirche bekannt, dass er willens sei, die Arbeit des Joans Riordan aufzugeben und zugleich kam ein Pächter, der in einer Entfernung von einigen Meilen wohnte und gerade einen Ackermann suchte, zu Michael und bot ihm Haus und Garten an und Arbeit für das ganze Jahr. Michael, der wusste, dass dies eine gute Stelle war, schloss ohne weiteres seinen Vertrag mit ihm und es ward verabredet, dass der Pächter einen Karren senden sollte, so ein bisschen Hausrat darauf zu laden und dann wollte er künftigen Donnerstag dort einziehen. An dem bestimmten Tag kam der versprochene Wagen. Michael belud ihn mit dem Hausgerät und stellte die Wiege, worin das Kind mit seinen Pfeifen lag, zuletzt obendrauf. Judy setzte sich daneben, um Acht zu haben, damit es nicht herausrolle und sich totstürze. Die Kuh trieben sie vor sich her. Der Hund folgte nach, die Katze aber musste zurückbleiben. Und sind wir ehrlich, sie würde nicht einen einzigen der Familie vermissen. Die drei anderen Kinder liefen nebenher und suchten sich Hambutten und Brombieren, denn es war ein schöner Tag im Spätherbst. Sie mussten über einen Fluss, den sie, weil er zwischen hohen Ufern in der Tiefe sein Bett hatte, nicht eher sehen konnten, als bis sie nah dabei waren. Ein paar Tage vorher war ein anhaltender Regen gefallen, der Fluss angeschwollen und das Wasser rauschte stark. Als sie die Brücke betraten, richtete sich das Wechselbald, der bisher ganz ruhig in seiner Wiege gelegen hatte, bei dem Rauschen der Wellen in die Höhe und schaute sich um. Und als er das Wasser sah und bemerkte, dass sie im Begriff waren, darüber zu gehen, so fing er ein, aufzukreischen und zu ächzen. Stille, mein Söhnchen, sagte Judy. Du brauchst dich nicht zu fürchten. Ich sage dir, wir gehen über eine steinende Brücke. Dass du versaubern möchtest, altes Gerippe, rief er. Da habt ihr einen sauberen Streich gemacht, mich hierher zu bringen. Dabei fuhr er fort, zu heulen, und je weiter sie auf der Brücke kamen, desto lauter ward seine Stimme. Endlich gab ihn Michael, der es nicht länger aushalten konnte, einen tüchtigen Streich mit der Peitsche, die er in der Hand hielt, und rief, Der Teufel stopft dir das Maul, du Klotzkopf. Willst du dein Geschrei lassen? Kein Mensch kann ja sein eigenes Wort vor dir hören. In dem Augenblick, wo der Junge den Peitschen riemen fühlte, erhob er sich in der Wiege, nahm die Pfeifen in den Arm, grinste den Michael boshaft an und sprang behändend über das Geländer der Brücke in den Fluss hinab. Oh, mein Kind, mein Kind, schrie Judy, es ist verloren, auf immer. Michael und die anderen Kinder liefen auf die andere Seite der Brücke und schauten und sahen ihn unter dem Brückenbogen hervorkommen, wie er mit kreuzweiß geschlagenen Beinen oben auf einer weißhauptigen Welle saß und seine Pfeifen so lustig blies, als wenn nichts vorgefallen wäre. Das Wasser strömte heftig, er wurde gewaltsam fortgewirbelt, doch er spielte so schnell, ja noch schneller als der Strom ran. Sie liefen zwar so geschwind, wie sie konnten, nebenan dem Ufer mit, aber da sich der Fluss ein paar hundert Schritte unter der Brücke plötzlich um den Berg drehte, verloren sie ihn aus dem Gesicht und keiner hat ihn je wieder mit den Augen erblickt. jeder glaubte nicht anders, als dass er zu den Seinigen, dem stillen Volke, heimgegangen sei, um ihnen Musik zu machen. Musik Rapunzel Ein Märchlein der Gebrüder Grimm Es war einmal ein Mann und eine Frau, die wünschen sich schon lange vergeblich ein Kind. Endlich machte sich die Frau Hoffnung, der liebe Gott werde ihren Wunsch erfüllen. Wieder mal so ein Paar, welches sonst was anbettelt, anstelle von den Hasen zu lernen. Die Leute hatten in ihrem Hinterhaus ein kleines Fenster. Daraus konnte man in einen prächtigen Garten sehen, der voll der schönsten Blumen und Kräuter stand. Er war aber von einer hungen Mauer umgeben. Und niemand wagte hineinzugehen, weil er einer Zauberin gehörte, die große Macht hatte und von aller Welt gefürchtet ward. Eines Tages stand die Frau an diesem Fenster und sah in den Garten hinab. Da erblickte sie ein Beet, das mit den schönsten Rapunzeln bepflanzt war. Und sie sahen so frisch und grün aus, dass sie lüstern ward und das größte Verlangen empfand, von den Rapunzeln zu essen. Das Verlangen nahm jeden Tag zu und da sie wusste, dass sie keine davon bekommen konnte, so fiel sie ganz ab, sah blass und elend aus. Da erschrak der Mann und frug, was fehlt dir, liebe Frau? Ach, antwortete sie, wenn ich keine Rapunzeln aus dem Garten hinter unserem Haus zu essen kriege, so sterbe ich. Das nenne ich einmal eine Dramaqueen. Der Mann, der sie lieb hatte, dachte, eh du deine Frau sterben lässt, holst du ihr von den Rapunzeln. Es mag kosten, was es will. In der Abenddämmerung stieg er als über die Mauer in den Garten der Zauberin, stach in aller Eile eine Handvoll Rapunzeln und brachte sie seiner Frau. Sie machte sich sogleich Salat daraus und aß sie in voller Begierde auf. Sie hatten ihr aber so gut, so gut geschmeckt, dass sie den anderen Tag noch dreimal so viel Lust bekam. Sollte sie Ruhe haben, so musste der Mann noch einmal in den Garten steigen. Er machte sich also in der Abenddämmerung wieder hinab. Als er aber die Mauer herabgeklettert war, erschrak er gewaltig, denn er sah die Zauberin vor sich stehen. Wie kannst du es wagen, sprach sie mit zornigem Blick, in meinen Garten zu steigen und wie ein Dieb mir meine Rapunzeln zu stehlen. Das soll dir schlecht bekommen. Ach, antwortete er, lass Gnade für Recht ergehen. Ich habe mich nur aus Not dazu entschlossen. Meine Frau hat eure Rapunzeln aus dem Fenster erblickt, wisst ihr, und empfindet ein so großes Gelüsten, dass sie sterben würde, wenn sie nicht davon zu essen bekäme. Da ließ die Zauberin in ihren Zornen nach und sprach zu ihm, Verhält es sich so, wie du sagst, so will ich dir gestatten, Rapunzeln mitzunehmen, so viel du willst. Alleine, ich mache eine Bedingung. Du musst mir das Kind geben, das deine Frau zur Welt bringen wird. Es soll ihm gut gehen, und ich will für es sorgen, wie eine Mutter. Der Mann sagte in der Angst alles zu, und als die Frau in Wochen kam, so erschien sogleich die Zauberin, gab dem Kinde den Namen Rapunzel und nahm es mit sich fort. Rapunzel war das schönste Kind unter der Sonne. Als es zwölf Jahre alt war, schloss es die Zauberin in einem Turm, der in einem Walde lag, und weder Treppe noch Türe hatte. Nur ganz oben war ein kleines Fensterchen. Wenn die Zauberin hinein wollte, so stellte sie sich hin und rief, Rapunzel, Rapunzel, lass mir dein Haar herunter. Rapunzel hatte lange, prächtige Haare, fein wie gesponnen Gold. Wenn sie nun die Stimme der Zauberin vernahm, so band sie ihre Zöpfe los, wickelte sie oben um einen Fensterhaken, und dann fielen die Haare zwanzig Ellen tief herunter, und die Zauberin stieg daran hinauf. Nach ein paar Jahren trug es sich zu, dass der Sohn des Königs durch den Wald ritt und an den Turm vorüberkam. Da hörte er einen Gesang, der war so lieblich, dass er still hielt und horchte. Das war Rapunzel, die in ihrer Einsamkeit sich die Zeit vertrieb, ihre süße Stimme erschallen zu lassen. Der Königssohn wollte zu ihr hinaufsteigen und suchte nach einer Türe des Turms. Aber es war keine zu finden. So ritt er unverrichteter Dinge heim, doch der Gesang hatte ihm so sehr das Herz gerührt, dass er jeden Tag hinaus in den Wald ging und zuhörte. Als er einmal so hinter einem Baum stand, sah er, dass eine Zauberin herankam und hörte, wie sie hinaufrief, Rapunzel, Rapunzel, lass mir dein Haar herunter! Da ließ Rapunzel die Haarflechten herab und die Zauberin stieg zu ihr hinauf. Ah, ist das also die Leiter, auf welcher man hinaufkommt? So will ich auch einmal mein Glück versuchen. Und den folgenden Tag, als es anfing dunkel zu werden, ging er zu dem Turm und rief, Rapunzel, Rapunzel, lass dein Haar herunter! Alsbald fielen die Haare herab und der Königssohn stieg hinauf. Anfangs erschrak Rapunzel gewaltig, als ein Mann zu ihr hereinkam, wie ihre Augen noch nie einen erblickt hatten. Doch der Königssohn fing an, ganz freundlich mit ihr zu reden und erzählte ihr, dass von ihrem Gesang sein Herz so sehr sei bewegt worden, dass es ihm keine Ruhe gelassen und er sie selbst habe sehen müssen. Da verlor Rapunzel ihre Angst und als er sie fragte, ob sie ihn zum Mann nehmen wollte und sie sah, dass er jung und schön war, so dachte sie, Hm, der wird mich lieber haben als die alte Frau Gotel. Und sie sagte ja und legte ihre Hand in seine Hand und sprach, Ich will gerne mit dir gehen, aber ich weiß nicht, wie ich herabkommen kann. Wenn du kommst, so bringe jedes Mal einen Strang Seide mit, daraus will ich eine Leiter flechten. Und wenn die fertig ist, so steige ich herunter und du nimmst mich auf dein Pferd. Sie verabredeten, dass er bis dahin alle Abend zu ihr kommen sollte, denn bei Tag kam die Alte. Die Zauberin merkte auch nichts davon, bis einmal Rapunzel anfing und zu ihr sagte, Sag sie mir doch, Frau Gotel, wie kommt es nur, sie wird mir viel schwerer heraufzuziehen als der junge Königssohn, der ist in einem Augenblick bei mir. Ach du gottloses Kind, rief die Zauberin. Was muss ich von dir hören? Ich dachte, ich hätte dich von aller Welt geschieden und du hast mich doch betrogen. In ihrem Zorne packte sie die schönen Haare der Rapunzel, schlug sie ein paar Mal um ihre linke Hand, griff eine Schere mit der rechten und ritsch-ratsch waren sie abgeschnitten und die schönen Flechten lagen auf der Erde. Und sie war so unbarmherzig, dass sie die arme Rapunzel in einer Wüste neibrachte, wo sie in großem Jammer und Elend leben musste. Denselben Tag aber, wo sie Rapunzel verstoßen hatte, machte abends die Zauberin die abgeschnittenen Flechten oben am Fensterhaken fest und als der Königssohn kam und rief, Rapunzel, Rapunzel, lass dein Haar herunter, so ließ sie die Haare hinab. Der Königssohn stieg hinauf, aber er fand oben nicht seine liebste Rapunzel, sondern die Zauberin, die ihn mit bösen und giftigen Blicken ansah. Aha, rief sie höhnisch. Du willst die Frau Liebste holen, nicht wahr? Aber der schöne Vogel sitzt nicht mehr im Nest und singt nicht mehr. Die Katze hat ihn geholt und wird dir auch noch die Augen auskratzen. Für dich ist Rapunzel verloren. Du wirst sie nie wieder erblicken. Der Königssohn geriet außer sich vor Schmerzen und in der Verzweiflung sprang er den Turm hinab. Das Leben brachte er davon, aber die Dornen, in die er fiel, zerstachen ihm die Augen. Da irrte er blind im Walde umher, aß nichts als Wurzeln und Beeren und tat nichts als Jammern und Weinen über den Verlust seiner liebsten Frau. So wanderte er einige Jahre im Elend umher und geriet endlich in die Wüste Nei, wo Rapunzel mit den Zwillingen, die sie geboren hatte, einem Knaben und einem Mädchen, kümmerlich lebte. Er vernahm eine Stimme und sie deuchte ihn so bekannt. Da ging er darauf zu und wie er herankam. Er kannte ihn Rapunzel und fiel ihm um den Hals und weinte. Zwei von ihren Tränen aber benetzten seine Augen. Da wurden sie wieder klar und er konnte damit sehen, wie sonst. Und jetzt, da er wieder sehen konnte, können wir das richtige Ende erzählen. Er führte sie in sein Reich, wo er mit Freuden empfangen ward. Und sie lebten noch lange glücklich und vergnügt. Untertitelung im Auftrag des ZDF, 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 Vielen Dank.